hallo leute und herzlich willkommen zur nächsten folge minecraft exit und wir schauen hier auf den server drauf an dieser folge müsst ihr heute am mittwoch eben nicht irren jetzt schon das gold unbedingt hin Jetzt wird die wichtig Für die ganzen Tools und alles, ne? Für die das große Struktur und das noch Eisen Geht das nämlich mit Das muss mitgenommen werden Ops So, dann haben wir die Fackeln da und jetzt Opsa Und jetzt Schön was Gold abbauen Oder vielleicht auch noch Oder ist immer gut Und wenn sie mir auch ziemlich wenig in diesem Projekt, ne? Da sind die noch weg Für die Polymy runtergesetzt Ich glaube, das Eisen Dafür liegt jemanden hoch Ein Zombie Ganz schnell nach unten Wird nicht sterben Nicht so cool zum Ziel Ein Buch gedrumped Und schnell hochgeholt Chocopedia Okay Oh nein, es ist Nacht Oh nein Ach müh Ich hasse Nacht Zu viele Mobs Aber besser draußen sterben als jetzt hier in der Hölle Ich bin ja nie wieder meine Items wieder Wo ist nochmal das andere Gold? Oh nein, es ist noch nicht so cool Wo ist das hier in der Hölle? Und das ist noch nicht so weit Und das ist noch nicht so weit Und das ist noch nicht so weit Ich bin noch nicht so weit oder Eisenerd, oder Golderd, oder Holz, oder Kies, was auch immer, ey. Oh, dass ich runterfällt. Und hab ich's? Ja. Nice. Dann würde ich einfach mal hoch. So, schön hoch. Oh, scheiße, nein. Oh, das war so klar, dass jetzt Kies kommen muss. Das ist so typisch für dieses Projekt, ne? Wir sind jetzt schon 60, sofort. Tageslicht, komm, bitte. Nächtliches Licht. Jawoll, da sind wir. An der Oberfläche, ich mach's am besten zu. Damit's niemand mehr sieht. Nice. Jetzt eigentlich ganz scherisch ins Haus. Ich lag ja auch mit dem Treasured Forest. Ne, jetzt. Auch noch alles an. Ich wollte dich mal essen. Unbedingt. So. Schlafen. Schön viele Sachen gefunden. Ich guck mal in das Buch rein. Ich krieg mein Bocklad auf den vier, zwei Seiten. Äh, für andere was auch mal hier rein. Ich wünsche dir schön, dass wir schön viel cooler gefunden haben. Ich bin auch nicht so schlecht. Ich guck natürlich auch. Ja, Steaks drin. Warte ich das denn nicht. Ich guck mal, ich mach's noch mal kurz. Ich guck mal, ich glaub's erstmal. Ich guck mal, ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal. rüber und platziert ihn mal hier in den raum mal so ein bisschen brennstoff lg-street oder machen wir hier ein bisschen Jennifer lockt einfach mal so ein in frühversuchen konnte man noch nicht das mit dem monster zu ziehen wenn ich das so machen so ziemlich viel aus es ist einfach so ein stick einfach in die mitte tun und uns nicht den ganzen platz ausfüllen geht aber besser aus der ist durchgebracht und das freut mich im abel nehmen und ich glaube dass man die spiele gucken jetzt noch gold drin okay bevor ich nicht schon das dort auch einschmelzen was wirklich noch gut lieber ne ich brauche ja wenn ich die kliber vor Oh, warum habe ich die Idee denn? Irgendwas. So weiter. Die würde ich auch machen, aber... ...eine Hardsch-Sport-Plate. Lass mal den Klee machen. Äh... Oh, das sieht nach diesem Spot-Plate aus. Und diese Tool-Rods... ...und dieses Ding hier. Was haben wir? Das haben wir hier, ne? Hauen wir diese Rods. Äh... Haben wir die aus Stein gemacht? Keine Ahnung. Sollen wir noch nicht hinsetzen hier? Äh... Na ja, ähm... Sie waren 8 Minuten nach, du Scheiße. Ich habe nichts geschafft. Äh... Ich wollte es auch Eisen machen, eigentlich. Besser noch auf mein Leben. Habe ich nicht vor, warum ich das nicht gemacht habe. Wie egal, dann mach ich einfach aus Stein für den Anfang. Die Rod-Cards... Ja, auch noch einer, ne? Die Rod-Cards... Wie sieht so aus? Tool-Rod-Pattern... Ja... Heiß ich nicht schon gehabt? Äh... Tool... äh... das hier brauch ich doch mehr. Ich muss doch mal hier die Dingens hier... Was weiß ich das hier? Ja, das muss doch eigentlich sein. Und clean stone für, ne? Ja, ich würde schon... Drei Stück dann... Hab ich gesehen. Oh ja, wir kommen... Irgendwann mal voran. Das ist schon mal cool mit dem Klima-Dammt. Ich weiß nicht, warum ich hier auch so Stein gemacht habe. Ich verstehe es nicht. Egal. Einmal sieht es so aus. Wenn du den machen... Von daher... So... Ja, schließlich verstehe ich, was das sein soll, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Und darum sowieso... Zwei von... Wunden sind die richtigen, ne? Nicht die richtigen. Ja, das war dafür... Ach, ich hab' ich zwei gemacht. Ach, bin ich blöd. Tja... Wir sind mal spät. So, nochmal so'n Stone-Tough-Rod. Ich möchte jetzt nur noch zwei habe. So, dann nehmen wir den anderen auch noch hier mit. Das sind dann zwei. Das hier brauchen wir noch dafür. Und... Das. Dann kann man das... So am Craften, ne? Dann hätten wir das. Dann haben wir... Das erste Werkzeug hier... Geschaffen. Ich hoffe, ich freu' mich. Die... Ein Kill-Leaver. Da ist... Nice. Klee-Wauch-Stein. Klee-Wauch-Stein. Das ist so schön... Mit ihm was fliegen. Das ist auf jeden Fall ziemlich nice. Nur wie gesagt, dass es das gewesen ist. Von heute in Folge am Minecraft-Exit. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Abonnieren vergessen. Und tschüss.